Wir haben auch digital eine Vision. The future may look like this. Hier schlummert ein Potenzial. Über 1000 Besucher. Und wir hatten 60 Aussteller, alle happy. Das, was ich mitbekommen habe, hat mich absolut begeistert. Und darauf ist wahrscheinlich Silicon Valley neidisch. Das ist Technology made in Hamburg. Wenn ich das mal so zeigen kann. Innovation braucht Innovatoren. Hier ist wirklich die Hamburger Innovationsszene zusammengetroffen. Ist schon sehr gut, da trifft man sich, da taucht man sich aus. Wir kommen jetzt zur Verleihung der Hamburg Innovation Award. Wir sind ganz überrascht. Wir nehmen den Preis als Ansporn, genauso weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben. Wir wollen weitermachen, natürlich. Man fühlt richtig so einen Spirit und eine Aufbruchstimmung und das braucht Hamburg. Da kommt einiges auf uns zu, was total spannend wird.